Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute Tech Nines, let's go! Platz Nummer 10, dort liegt die Tech Nine Brass und keine Sorge, einer der wenigen Skins hier auf der Liste, die unten komplett nackt sind. Ich finde es sehr schade, dass die Tech Nine so viele Skins hat, die oben wirklich vielversprechend aussehen. Und wenn hier so eine Decke davor wäre, vor dem unteren Teil würde man sich denken, oh was kommt denn da jetzt noch? Ja und dann kommt halt, äh, kommt das hier, ein bisschen schwach. Ach, 2,30 bis 63 Euro hoch, das ist, ja, gar nicht mal so günstig. Auf dem 9. Platz liegt, wie versprochen, ein Full-Body-Skin und zwar die Tech Nine Toxic. So ein schönes Teil, gefällt mir ultra gut. Ich hatte früher auf meinem alten, also nicht auf meinem alten Steam-Account, aber ich hieß jahrelang, wirklich jahrelang Killer 13. Klingt vielleicht ein bisschen kindisch, ist aber so, wegen dem Spiel 13, also römisch 13, nicht ausgeschrieben 1, 3, sondern römisch 13, weil ich das Spiel 13, also X-I-I-I geliebt habe, wie Numul-Appes. Und, ähm, kurzum, ich hatte einen Totenkopf bei mir in meinem Steam-Profil-Bild. Und ich hatte das, glaube ich, mein Steam-Account ist, glaube ich, 17 Jahre alt und ich habe erst seit 2 oder 3 Jahren, wenn es hochkommt, der Dumba-Blatt drin. Davor hieß ich die restlichen ganzen Jahre immer Killer 13 und hatte eben den Totenkopf-Tal drin. Deswegen war das für mich immer was ganz Besonderes, weil da halt Totenköpfe drauf sind. Äh, preislich 4,15 Euro bis 8 Euro. Fast wieder ein Schnapperl. Fast ein Schnapperl. Achter Platz, die Sandschiss. Ein altbekannter, oder zumindest mir altbekannter Skin, die ich früher extrem gerne gespielt habe. Im Stream hatten wir halt immer diesen Insider, dass ich die Sandschiss spiele. Und, äh, ist, äh, ist geil. Also, vielleicht ist es, deswegen ist es wahrscheinlich viel Nostalgie. Wahrscheinlich ist der gar nicht so geil. Aber ich fand den halt immer toll. Mir hat das Lila gut gefallen. Ich hatte da natürlich Steady-Dreck dran, das ist klar. Ich hab die sogar noch auf meinem 2. Account rumfliegen, glaube ich. Mega, mega Teil. 27 Cent bis 1,22 Euro, legt man hier an. Sehr, sehr, äh, süß. Für maximal einen Euro kommt hier der siebte Platz dahergeritten. Ist es der siebte? Ja, es ist der siebte. Und zwar die Jambia ist jetzt nicht so extrem farbenfroh und auffällig, aber trotzdem komplett beskinnt. Und oben auch ein bisschen Glanz drauf. Das ist übrigens bei, ich glaube, allen Tech Nines so, dass, wenn sie glänzen, dass sie dann eigentlich nur oben glänzen und nicht unten am Rest. Äh, weil die ja unten bekanntermaßen aus Plastik ist. Keine Ahnung, aber ich sag das einfach so. Auf dem sechsten Platz liegt Daira, wie man hier richtig sehen kann. Ja, das ist Daira City, meine Damen und Herren. Ist auch so ein Stream-Insider, weswegen mir die Waffe vielleicht auch so gut gefällt. Und sonst ist sie an sich nicht so fett. Ich find's auch nice, dass die hier unten geklebt ist. Am Magazin, äh, ja, ja. Ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ich denke, das ist auch wieder viel halt Insider und vielleicht auch ein bisschen Nostalgie. 31 Cent bis 1,38 Euro. Auf dem fünften Platz liegt hier diese Avalanche. Und auch die, ich muss schon wieder sagen, auch das ist halt eine Sache, die so ein bisschen Insidermäßig behaftet ist. Äh, auch halt vielen den Streams drüber geschnackt. Ich hab die mal von, äh, David geschenkt bekommen. Und, äh, ja, das, das wächst dann so an einem und dann gefällt der einem halt ganz gut. Ich find auch, dass sie gut aussieht. Das ist, es passt zu der Waffenform, diese Bemalung. Ist so ein bisschen flott. Und mit dem Ding rennt man ja flott rein. Also da musst du natürlich rein, tackern und die Leute umnudeln. Und da ist so ein etwas helleres Design mit ein paar Flottenstrichen auf jeden Fall eine leckere Sache. Äh, 48 Cent bis 3,63 Euro. Ja, ja. Und hier habt ihr für 23 Cent bis 1,58 Euro einen wirklich, wirklich leckeren Skin auf dem vierten Platz. Und zwar die Bamboozle. Die ist einfach schön ausgearbeitet. Also hier muss man dann natürlich ganz im Besonderen ins Detail gehen und sich zum Beispiel die Maserung hier auf dem Ammo-Clip hier angucken. Auf der, auf der Magazin-Clip halt. Und auch die restliche Geschichte, ne? Also du hast hier dieses springende, ähm, diesen springenden Bamboo, gottes Willen, Bambus. Scheiße. Den Bambus-Stock, wie er hier oben aufspringt. Und hinzu kommt, ist das Teil oben halt einfach grün. Was mir wiederum sehr gut gefällt. Weiter geht's mit Platz Nummer 3, 2 und 1. Ihr könnt wieder raten, was darüber bei mir liegt. Und, Ende. Platz Nummer 3. Ja, hier kommen die Gelb-Fans voll, äh, auf ihre Kosten. Vor allem auch die Leute, die eine Fuel Injector auch auf der AK haben. Oben sehr schön, äh, verschisselt. Gelb, es glänzt. Hier schön ausgearbeitet. Also da kann man sich nicht beschweren. Auch hier vorne der, ähm, das, da, da, da. Löchrige Käse. Lecky, schmecky. Preislich 1,74 Euro bis 14,93. Ist halt eine Fuel Injector, ne? Auf dem zweiten Platz liegt bei mir die Tech-9 Decimator. Oder Decimator. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler Skin. Und es gibt ja auch die M4. Und ich, als ich den vorhin aufgemacht habe, hatte ich im Kopf, dass die genauso glänzt wie die M4. Hier als kleiner, äh, Mini-Vergleich. Und guckt euch mal dieses glänzende Stück, äh, äh, Wäffelchen an. Sehr, sehr geil. Überall fett am glänzen. Aber die Tech-9 schläft so ein bisschen ein hier unten, ne? Also auf dem Rest. Oben ist sie glänzig und ich finde auch ausreichend glänzig. Aber das hätte man wirklich auch irgendwie halt da runterziehen können. Naja, Platz Nummer 2. 9 Euro bis 41 Euro. Und auf meinem allerersten Platz liegt die Tech-9 Remote Control. Ich finde, die ist genau optimal vollgestopft mit Kram. Schöne Farbverteilung, sehr viele Details. Und sie glänzt oben auch noch vor sich hin. Mit hier vorne Silber, dann kommt Gold und dann Blau. Also, ja, beschweren kann man sich da eher weniger. 1 Euro bis 6 Euro ist auch vom Preis her auf jeden Fall vollkommen cool. Und dieses Teil ist auch durchgehend irgendwie unter meinem Radar geflogen. Ich hab die sicherlich schon mal gesehen. Aber jetzt, wo ich sie so sehe, denke ich mir, Alter, ich muss die eigentlich, ich muss die spielen. Ich brauch die in Steadie-Dreck. Und dann mal richtig reinjodeln damit. Denn gerade in CS2 macht Tech-9 schon sehr, sehr viel Spaß. So, und jetzt gehen wir aus der ganzen Geschichte wieder raus und machen auch noch geschwind ein Giveaway für euch. Natürlich wieder ganz im Zeichen der Tech-9. Es gibt für euch diese Tech-9-Fuba. Ich hab rumgeguckt und hab nichts anderes gefunden. Ich hätte noch irgendwas mit Stead-Track gehabt, aber das war, glaube ich, eine Brotherin abgeranzt. Hier ist das... Ich glaube, die ist auch nicht so krass. Aber immerhin glänzt die so ein bisschen vor sich hin. Die ist auch ein BS. Die haben einfach keine guten Tech-9s rumliegen. Aber naja, eine Tech-9-Fuba für euch kommt. Die kann man sich auf jeden Fall auch snacken. Auf jeden Fall Tech-9-Fuba für euch im Giveaway. Ihr schreibt einfach, ob ihr gerne Tech-9 spielt. Ich spiele sie sehr, sehr gerne. Ich mag es vor allem halt, gerade in der ersten Runde, natürlich, um reinzutackern. Aber auch zwischendurch für einen Force. Vor allem, wenn es um einen MP-Force geht, dann spiele ich die auch sehr gerne. Gerade halt, weil ich mit den MPs nicht so gut bin. Ja, auf jeden Fall macht das damit halt deutlich mehr Spaß. Und ich treffe auch mehr. Also, ich bin viel mehr drauf. Und ich habe einen größeren Fokus als mit den McTens. Weil ich da durchgehend diese leichte Unsicherheit in meinem Hinterkopf habe, die mir ständig sagt, du kannst das nicht spielen, du kannst das nicht spielen, du kannst das nicht. Und dann verkacke ich halt mit Tech-9. Weiß ich genau, ich bin ein Banger. So, gut. Dann vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Freitag. Oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es immer Viewer Games. Und Giveaways natürlich auch für euch. Wir haben gerade letzte Woche, oder vorvorletzte Woche, ich weiß nicht genau, wann das Video hier erscheint, wieder Knife-Give-Way gehabt und werden demnächst auch schon wieder das nächste Knife-Give-Way starten. Danach glaubst du es und so weiter und so fort. Rankommen und mit dabei sein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann's doch Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gibt mir deine dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe.